So, also ich begrüße euch gerne bei Keramikstudio Anne Werner. Ich bin Anne, die Gründerin, was ich so gemacht habe, bevor ich gegründet habe, denn ich war vier Jahre lang auf Weltreise. In Dubai, in Afrika, in Mittelamerika, also Kuba, Mexiko, Italien, Griechenland, Ägypten, Schweiz, Dänemark, Frankreich und so weiter. Mein Handwerk verbessert und von den Besten der Besten gelernt und mir dann selber ein globales Design entwickelt mit Funktionalität. Hashtag Funktionalität, funktionelles Gebrauchsgeschirr. Das Set mit grüner Zuckerdose, hier mit dem Deckel, der in die Fassung rutscht. Kleine Untersetzer und die könnt ihr einzeln kaufen im Shop. Gibt es noch was zu sagen? Habt ihr noch Fragen? Dann stellt das gerne in die Kommentare hier unten. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss!